Wie ist die Selbstversorgung modern und einfach? Hallo bei Selbstversorgung modern und einfach. Heute möchte ich mich einmal dem Thema widmen, Brot backen. Getreide. Getreide ist extrem wichtig für eine moderne Selbstversorgung. Unsere ganze Zivilisation baut ja darauf auf, dass wir Getreide haben in Form von Weizen, Mais usw. Und das Schöne bei Getreide ist, wenn es einmal getrocknet ist und die Ernte eingebracht ist, es lässt sich sehr, sehr lange lagern. Anders als andere Lebensmittel, wie Moorülm oder so. Da muss man halt aufpassen und gucken und die lassen sich nicht so unendlich lang lagern. Insofern ist Getreide eine ganz tolle Sache und ein wirklich wichtiges Standbein der Selbstversorgung. Und heute möchte ich euch mal ein Brotrezept zeigen, das ich persönlich gerne mache, weil es sehr einfach ist und außerdem sehr lecker. Das habe ich im Internet mal gefunden. Ich weiß leider nicht mal, welche Adresse das war, welcher Kanal, sonst würde ich das gerne weitergeben, denn derjenige hat das echt verdient. Aber leider erinnere ich mich nicht mehr dran. Vielleicht weiß das hier jemand von euch und sagt mir Bescheid. Gut, hier sind die Zutaten. 50 Gramm Sonnenblumenkerne 500 Gramm Vollkornweizenmehl 450 Gramm oder Milliliter warmes Wasser 2 Teelöffel Salz und 100 Gramm geschrotete Leinsaat 1 Päckchen Hefe und interessanterweise 2 Esslöffel voll Hessig. Ich habe in diesem Fall Balsamico-Essig genommen. Ich werde jetzt im Folgenden die Hefe hier in dem Wasser einweichen oder einrühren. Das ist ja warm. Dann wird das Mehl zugefügt, das Salz, die Leinsaat, die geschrotete Essig und ganz am Schluss die Sonnenblumenkerne. Alles zusammen wird dann verrührt und das Resultat werdet ihr nun gleich sehen. So, ich habe jetzt alles miteinander verrührt mit einem Löffel und ihr seht im Gegensatz zu anderem normalen Brotteig ist dieser Teig hier sehr weich weiterhin. Das heißt, man kann den nicht oder soll den auch nicht mit den Händen formen und keinen festen Brotlaib machen, sondern der soll so belassen werden. Nachdem ich ihn jetzt mit dem Löffel hier zusammengerührt habe, werde ich ihn nochmal mit einem Mixer, das sieht so aus, einmal durchmixen und dann kommt der in eine Brotform und ja, dann zeige ich euch das gleich nochmal. Da gibt es noch etwas Besonderes zu beachten. Aber so sieht er aus erst mal. Gut, der Teig ist jetzt fertig geknetet, weiterhin sehr weich und der wird hier quasi reingeschüttet. Und wenn er drin ist, in der Form, ich habe hier die mit Backpapier ausgefüllt, die Form, das mache ich lieber und das Backpapier verwende ich auch mehrfach danach wiederum. Das bewahre ich auf, das haut gut hin, bis zu zehnmal habe ich gesehen. Ja, wenn die Masse dann in der Backform ist, dann kommt die in den Ofen auf 170 Grad, 50 Minuten lang. Aber hier gibt es noch eine bestimmte Sache zu beachten und zwar, wenn der Teig drin ist in der Backform, bevor man das in den Ofen tut, schneide ich das nochmal mit einem Messer an. Das zeige ich euch gleich nochmal. So, das Brot befindet sich jetzt in der Form und ich habe das das erste Mal so gemacht und einfach in den Ofen reingepackt und dann ist das hier oben unregelmäßig aufgeplatzt. Und dann bin ich dazu übergegangen, dass einmal, obwohl es so nass ist, da seht ihr auch, wie feucht die Masse selber ist. Also wenn man das mit dem Finger machen würde, würde alles festkleben. Deswegen wird hier einmal in der Mitte durchgeschnitten, also nicht durchgeschnitten, sondern angeschnitten, so dass letztendlich die Kruste, die sich dann bildet, die Möglichkeit hat aufzuplatzen und regelmäßig aufzuplatzen. Und jetzt habe ich den Ofen eingestellt. 50 Minuten, 170 Grad. Das ist ein Umluftofen und das Ergebnis werdet ihr danach sehen. Macht's gut! So, das Brot ist jetzt fertig. Es ist hier oben noch relativ weich, aber es geht. Und hier sieht man schön den Schlitz mit dem Messer, den ich da angeführt habe. So hatte das Brot Platz, um aufzugehen. Und man kann nachher dann gut Scheiben schneiden. Hier ist noch das Backpapier dran. Hier ist die Form. Da ist das kleine dabei. Und wenn man das Brot richtig abmacht, kann man halt das Backpapier nochmals benutzen. Ja, da haben wir es. Ich lege das dann immer noch mal auf die Heizung und dann haben wir hier das Brot. Wunderbar! Und gleich zeige ich euch noch mal, wie es von drinnen aussieht. Ich schneide mal eine Scheibe ab. Es ist ein bisschen abgekühlt jetzt und dann habt ihr mal einen Eindruck davon, wie lecker das von drinnen aussieht. Okay, ich habe jetzt eine Scheibe abgeschnitten. Und so sieht es jetzt von drinnen aus. Also die Leinsaar zum Beispiel, sieht man fast gar nicht mehr. Die Sonnenblumenkerne eigentlich auch nicht so. Obwohl, da ist ein Kern, da sehe ich einen. Und ja, was ich auch noch sagen wollte, ich packe das nicht in eine Aufbewahrungsform für ein Brot oder sowas. Ich mache das, wenn ich das Brot da nicht mehr brauche, wickele ich das einfach in ein Handtuch ein. Wenn es ausgekühlt ist. Und das Brot hält sich wunderbar eine Woche lang. Und das Interessante an diesem Brot ist, dass es lange weich bleibt einfach. Da war ich wirklich erstaunt. Vielleicht liegt es daran, dass es doch einen relativ hohen Fettanteil durch die Sonnenblumenkerne und die Leinsaat hat. Schmeckt gut, kann man alles zu essen. Kann man auch zu Gemüsesuppe essen oder gekochten Gemüse. Kann man Aufschnitte draufpacken, Aufstriche. Ganz tolle Sache. Und ich mache das immer gerne. Und so ein Brot, wenn ich dann jeden Tag zwei Scheiben esse, mehr oder weniger, reicht dann für mich eine Woche. Seitdem die Familie will noch mit ran. Aber bisher wollten die nicht. Warum auch immer. Die sind noch misstrauisch. Und ich genieße das Brot in der Zwischenzeit. Alles klar, soweit. Probiert es mal aus. Ich kann euch das nur empfehlen. Es wirklich einfach zu machen. Man braucht keine Zeit, um das Brot aufgehen zu lassen. Es ist einfach ein super schnelles Brot und schmeckt klasse und lecker. Macht's gut. Tschüss.